Schau mal, was hast du gemacht? Schau, das ist für ein Otter. Mama, kann ich mal den anderen sehen? Mama, kann ich mal den anderen sehen? Was ist der anderen? Der andere Otter möchte ich mal sehen. Er sagt nur mal, jetzt geht der, weiß nicht, wo die anderen sind. Schau, wie er sich durch den Arzt-Säulen im Häuschen drin ist. Mama, kann ich mich mal auf den Weg gehen? Sie ist ein Herziger. Mama, kann ich mich mal auf den Weg gehen? Ja, und du willst es nicht sehen? Ich schaue den anderen an. Hallo. Na, jetzt kommen wir, ja? Schau, das ist noch ein bisschen. Mama, kann ich mich mal auf den Weg gehen? Ja, schau, das ist schon. Nein, nein. Ich hab schon gesehen. Hat ihr schon gesehen? Nein, ich hab nicht mehr gemacht. Da braucht es keinen Moment. Mama, ich hab jetzt keine. Da braucht es keinen Moment.